Ich bin Michael Ehret und stehe für die fünfte Generation der Metzgerei Ehret und heiße Sie herzlich willkommen. Seit 1880 befindet sich unser Stammsitz hier in Egenhausen. Aus dem damaligen Kleinbetrieb wurde inzwischen ein modernes mittelständisches Handwerksunternehmen. Von hier aus beliefern wir unsere Filialen und Kunden mit täglich frisch hergestellten Fleisch- und Wurstwagen. Seit jeher legen wir größten Wert auf Qualität und Frische. Unsere Tiere beziehen wir aus dem Umkreis von 20 Kilometern. Mit unseren Landwirten arbeiten wir seit Generationen zusammen. Das sichert uns unseren hohen Qualitätsanspruch, den Sie tagtäglich an unserer Theke sehen und probieren können. Bei uns wird nach alter handwerklicher Tradition unsere Wurstenschinkenprodukte mit naturbelassenen Gewürzen viel Liebe und Fleiß hergestellt. Unsere traditionell hergestellten Bauernbratwürste und Salami ohne Allergene und Zusatz von Geschmacksverstärker bekommen die nötige Zeit, um an der Schwarzwälder Luft zu reifen, damit Sie Ihr volles Aroma bei Ihnen zu Hause entfalten können. Schauen Sie doch einfach in eines unserer Geschäfte in Egenhausen, Epphausen oder Pfalzgrafenweiler vorbei. Einfach genial lokal!